hallo willkommen mein name ist anirap und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of hysteria ich habe den kampf noch mal auf normal gemacht und guckt euch das an 44 sekunden 44 sekunden ja jetzt haben alle überlebt und ja letzte folge haben wir den kampf aller zeigen gemacht gegen maltran 44 sekunden das gibt es doch einfach nicht habe ich direkt mit so rei okay ich habe so rei gesteuert aber ich habe die feuerverbindung gemacht müßte gerade reingehauen dann habe ich noch eine betäubung geschafft hier und habe diesen r2 angriff gemacht also ja ich habe die total zerstört mich los einmal draufgegangen habe ich auch wieder belebt und ja was zum teufel weil natürlich mal ein paar trainingssession auslassen in den letzten zeiten und dann passiert soweit war nach der trainingssession nicht aber auf jeden fall wieder mal ein paar machen habe ich das gefühl doch ich habe ein ding zu bekommen sehen kugel noch alicia ja alicia hat mehr oder weniger die steht daneben ein monster aber okay mehr oder weniger ungewollt mal dran getötet am ende und ja sind am der boden zerstört natürlich alicia ja 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 Ich will nicht nach Hause gehen! Ich weiß nicht! Der Krieg, der Land, der Land! Ich will nicht sagen, dass sie sagen, dass sie nicht so verletzen! Ich will nicht mehr die Frau und die Kiste! Ich will nicht nur werfen, dass sie nicht nur werfen! Ich will das nicht! Wenn alle für alle bereitste haben, dann haben wir nichts mehr gemacht. Was? Also... Das ist mir doch. Ich will es nicht sagen, dass ich was nicht mehr anstrengen. Das war's für mich. Ich habe mich auch das gleiche Gefühl. Der Geist ist für die Menschen, für die Menschen. Für die Menschen, für die Menschen. ... Du hast mich geholfen lassen. Ich werde mich noch nicht aufschrauben. Das ist mir, also. Du bist so schön. Du bist so schön. Oh nein. Du bist so schön? Du bist so schön. Du bist so schön. Du bist so schön. selgen mann alija kraft ausgerechnet so einer warum spiele ich immer den seraphen irgendwie party änderungen ab lange dauern ich spreche ja gerade von erfahrung also kommen her weil ich habe dann auch erfahrt sollte falls sie sich wieder anschließt da sieht nämlich nicht so aus wie er weiß nicht die schon wieder aus als wäre alicia weg für immer für fünf minuten zweifahrt hatten sie jetzt so ist er gegen wasser anfällig ganz dringend vielleicht hätte ich auch nicht sofort zu ihr hingehen sollen weil anscheinend müssen wir jetzt noch zu serre gehen wahrscheinlich hätten wir das ja als letztes machen ich liebe diese angriffsserie letzte kampf kotzt mich so an da war irgendwie emerald nur in dieser version ja genau die war auch so nervig das kam beim jetzt play war sie voll einfach so grund also hatte ich immer probleme mit der habe ich weiß es erfahr ich ein bisschen zu weit bei der welt aber auch das war so das war so das ist ja auch geil ich krieg die krise das war das war das war gewandt rosa hat durchstellen kann mit der stadt ist nein aber immer als erstes hin das ist die frage jetzt und sagen lasst einmal zu serge mal schauen ich gehe mal nach weil nicht damensee oder zu diesem heiland außenposten guck ob da noch was ist jetzt gar nicht dass wir mal kurz mal gucken mit los starb er kommt mir bekannt vor sich echt von pascal aber nicht der original stapfen ja da war nur so eine version davon glaube ich noch an alicia ist schon wieder weg dann müssen wir jetzt noch so ein zombie titel wie sieht es eigentlich titelmäßig aus vielleicht auch die passenden titel aus ist wenn ich in den boss kämpfen reingehen obwohl es gewandt habe ich auch noch kommen verteidigung angriff fokus angriff so kannst du natürlich nicht naja da habe ich auch schon wieder weg war vielleicht dafür gesorgt hat er kam zu schwer war man naja auf dem Schrein, du denkst du, Alisha? Ja, ich glaube, ich bin sicher, aber... ...Altra, der letzte Wort war... ...Heddo war, als ich mich nicht verliebt... ...Ka... ...Ja... ...Ich glaube, das war schwer... ...Ich glaube, ich glaube, ich bin 10 Jahre lang... ...Ich glaube, das ist ein Herr Schoen... ...Wir sind die Frau, die Mädchen... ...Wir haben keine andere Sprache... Was? ok ich bin der satz ich bin schon seit tausend jahren auf dieser welt ich verstehe frauen immer noch nicht ja 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 schon gespeichert ich glaube nicht 44 sekunden kampf dann immer noch nicht auf reihe war auch nicht so fertig ne ich lachse aber da habe ich kein abwehr snack ausgerüstet hatte sag ich mal glaub ich auch nicht weil wir hatten so ewig gedauert der kampf und einfach ganz immer nur mystiker rauskommen und alle auf einmal getroffen war so instant kaone kann ja auch nichts machen dagegen meine würde jedes mal wieder von irgendeinem ob hier gehen wird immer wird von irgend so einen riesigen mob hier genervt soll noch eine goldene truhe heute trage uns immer aber echt ne immer ist irgendwie immer ist ein wütender mob vd immer sagen die so was macht ihr denn der macht ja gar nichts ja ja Wir machen das nicht nur einen Teil von Highland. Es ist gar nicht so. Nein, das ist wirklich危险. Highland ist und mit dem DefenseEM. Wir können hier auch die Karte um diese Karte. Dann muss ich die Bewerf Problem an! Das ist der Arbeit für die Spieler, die alle. Ja, das ist egal. Wir machen es nicht nur einen Einzelnen. Das ist nicht ein Bruder, aber wir müssen auch die Karte. Oh Mann! Huh? Haha, My only loser. wir können so ruhig als erster aufs schlachtfeld wenn er wollte vor allem die reden hier so von wir und so wie wir müssen zurückschlagen ja geil ja was die für einen scheiß machen weil er wird nur angeschissen von überall überall wo der hingeht naja das wird irgendwie auf die dunkle seite ziehen irgendwie so hat er kämpft dagegen uns irgendwie so was irgendwie so was passieren wird man kann ich ein skipp machen wo ist der speichpunkt der speichpunkt ist weg da 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 Das war's für dich! Ich weiß nicht, was ich zu sehen, aber... Ah! Kiyoma! Selge, sie sind... Toa-chan! Das ist nicht normal. Aber... Pirets, Sanno-Zinn! Wenn du den Volumen von Lohrens verletzen kannst, dann kannst du dich nicht hören. Gehen, Mädchen! Entschuldigung! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Oh, ne? Lohren ist hier. Lohren ist hier. Er... Ich habe schon gesagt, das ist alles dein Geist! Ich habe noch mal... Dann folgen wir dir mal. Ich hoffe, sie heißt auch Simon. Aber ich nenne sie die ganze Zeit so. ... gebrochen man ja noch goldene trunde behaupt stimmt das war immer alle gebiete noch mal abkundschaften jetzt kämpft man gegen zeige ne Was? Ich habe mich aus dem敦. Zabira! Es geht nicht, es geht nicht. Ich habe gerade gesagt. Das ist eine große Wahrnehmung. Der Arschlusser ist einfach. Ich weiß nicht. Was ist mit Selgei? Es gibt ein wenig Weg. jahre und ich habe mich so schwer hat verdammt 19.000 ich bin aber nein ich bin noch zu zweit stimmt selbst wenn sie jetzt aussehen und bewegungen nach machen kann so kann sie niemals eine entschlusskraft mit ihren in diese fälschung werde ich nicht verlieren ist dass die wirkung von simons kräften okay sehr gut oder ist es ja einfach stark ob er sich wirklich darauf konzentriert weil ich wäre ein bisschen weiterhin auf der uhr sein da du bist gegen ok warum steuere ich immer lange ich nur mich beschützen muss ich vielleicht nicht so schwer sein aber ich habe schon mal gesehen naja ich glaube noch nicht alter warum haben die widerstand jahr zu fahren kommt näher kommt näher kommt näher du nicht mann mann angefangen ihre farbe verloren wer du kannst neue leute rufen wird mich voll ankotzen jetzt schon leicht tot ich habe auch schwer wieder eingestellt ne das ist damit 78 ich nehme an ich habe immer noch schwer ich bin tot und die kommt mir mal wieder super zu dir war schütz ich hatte so die immer wieder neue gegner sporen muss nicht sein der müsste gerade einsetzen Stürzgelände! Stürzgelände! 177 Was? Säits stereo Ekk Oh! Wow! cần Ich habe mich geholfen, aber ich glaube, sie sind sehr natürliche. Aber ihr habt ihr, wie vor allem das zu verletmen, die ich verletze. Das ist meine Hände an, die Fischlinge zu einem anderen. Und wer ist das zu verletzen? Wer sind die Leute aus, die ihr nicht verletzen? Nein! Ich habe mich verletzen. Es ist nicht anders, oder? Ich weiß nicht, dass du auch die Verteidigungen kennengelernt hast. Es ist nicht nur für jemanden. Ich bin nur für mich. Ich bin nur für mich. Ich bin auch Selgei. Ich werde wieder aufbauen. Ich werde wieder aufbauen. Ich werde immer wieder aufbauen. Ich werde wieder aufbauen. Ich werde gerne ein Level어요en können. Sergille. Also, ich werde noch nicht mehr verarbeiten. Ich werde noch mehr und noch mehr werden. Was noch in der Karte ist? Ich werde schon sagen, ich hätte gerne ein Level abgebaut können. aber gibt er mir gar nicht mal na gut dann zurück nach zu sergey sergey meine ich sehr gay ja der gleiche weg bin ich gekommen mit meinem kuchte auf die karte ich war ist meine güter darauf dass alles was es gibt so geht um die java key da kono ko das kette kredita so da Ich bin, dass ich mich mit meinem Vater und meinem Vater verletzen bin. Ich verstehe mich. Aber wenn ich mich nur auf dem Spielstuhl bin, dann kann ich mich mit einem Gehirn sein. Ich dachte, dass ich das auch gut bin. Wenn ich mich mit einem Gehirn verletzen kann, dann kann ich das auch sterben. Das ist kein Problem. Ich bin ein Mensch. Ich werde mich mit einem anderen Weg finden. Ich bin doch nicht sicher. Wir müssen mit einem Weg für den Weg gehen. Ich bin der Weg für alle die Leben. Entstanden. Ich will nur noch den sprechern. Ich bin nicht sicher. Aber so ist es, wie ich mich selbst selbst käme. Ich bin so schlecht. Ich möchte mich wie ein bisschen als Wälder. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. dass du gerade auch schon gesagt dann muss man doch so oder so alle sachen ja ich muss mal ein paar neue tränke und so kaufen scheine das immer zu vergessen oder waffen warum kann ich ja keine dinge zu holen wo ist das haus hier erwähnt ist stadt schaffen wir ein paar story portionen da auch schon mal was keins geht ok das heißt in der nächsten folge machen wir uns auf nach pendrago und helfen rose die wahrscheinlich auf luna losgeht und ja sag ich mal ich bedanke mich aller herzlich zu schauen sagt tschüss bis zur nächsten folge